So, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt Jetzt geht hier direkt los So ist die Wieder in der Buckeleiher Dann fährt die neue Leim Einmal natürlich nach rechts hin Dann holen sie ja zusammen Ich gehe weiter Muss die auch nicht ziehen Sonst schafft das nicht Schön reingehen Boah Ja 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 Bis gleich Und fertig Wuh Bam Geil Ich hoffe der Einstieg ins Video hat euch gefallen Macht einfach so extrem viel Spaß Einfach nur geil So steep Einfach nur crazy Man kommt hier kaum hoch 2nd Lab 2nd Lab Ich kann echt nicht einschwitzen Ob man das hier sieht Wie steil das ist Geht so weit Gerne Boah Boah Tire Slider Man hat auf jeden Fall jetzt gesehen Wie geil das ist Das ist jetzt der Teil Von der neuen Downhill Strecke Oder vom Downhill Track Ich kann hier auch so ein kleines Tracer anstreiten demnächst Ein bisschen unter Freunden Wer Lust hat mitzumachen Kann hier natürlich auch keine schreiben Das ist auf jeden Fall das neue Feature jetzt Also Step Up Und vorne Step Down Ist nicht einfach Vor allem weil Der Stein hier Knapp eine Beigelänge hat Trotzdem Absolut geil We're not playing with easy stuff Und wie doch da oben Wenn man dann runter kommt Glaubt mir Das ist der Fahren Einfach nur ein Traum Ein Träumchen Oder was sagst du? Ja Einfach Mon ami P.O.V So Look folgt mir jetzt Fresh Melon Optics Und Ja Dann geht's los Ich bin Ich bin Erst Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh Alter, es war schon heiß gut. So, Flo filmt nochmal von außen. Okay, Day 2. Neuer Track. Steinfeld, kleiner Sprung und dann die On-Off-Box. Gut gemacht vor. Bamm. Denken wir los. Alter. Ein Junge. Einfach komplett durchgeschlagen. Einfach sketchy. Alter. So, ich fahr nochmal vor. Härt mir immer her. Ja. Alter. Das ist krank. So, es wird jetzt aber langsam schon wirklich dunkel. Hier. View. Jetzt fahren wir nochmal. Einmal das Ganze. Lehnt euch zurück. Lok fährt vorne weg. Okay. Hier. Oh. 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 Yes. Let's go. Wow. Das war perfekt, denke ich. Die Zeit. Oh. 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 Da ist der erste. Zieh rechts. Muss man oben langs. Oh. 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 So. Oh. So. 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 Oh man. Wow war das geil, bisschen off control. So danke fürs zuschauen, lasst ein like da. Ich hoffe das Video hat euch gefallen, der track ist ultra sick, danke nochmal an Melon Optics, an Lüchthier auch, holt euch da auf jeden Fall was, sieht mega geil aus und ja dann sehen wir uns im nächsten Video, haut rein, ciao.